Das Thema Sport wird auf der Leistungsschau in Grenzach-Wielen großgeschrieben. Am Stand des Gesundheitszentrums Max können Besucher ihre Muskulatur überprüfen lassen. Mein Name ist Mike Derks, ich komme aus Grenzach-Wielen, habe jetzt seit über sieben Jahren das Max Gesundheitszentrum Grenzach-Wielen. Wir sind mittlerweile hier regional der größte Anbieter mit über 14 Anlagen und wollen uns heute hier auf der Messe bzw. Grenzach-Wielen Handwerker-Gewerbeverein-Messe präsentieren, Leute ansprechen, was wir hier so tun, dass es nicht nur um das reine große Muskeltraining geht, sondern auch mit diagnostikbezogenen Sachen geht. Fit durch das ganze Jahr kommen Sportfans mit Christians Sportshop. Wir sind spezialisiert im Bereich Ski und im Bereich Fahrrad. Wir sind seit zehn Jahren in Grenzach und haben das Geschäft mehr oder minder von Grund auf aufgebaut und sind heute, denke ich, im Bereich Ski, relativ führend, auch im Landkreis. Wer ein Faible für vergnügliche Wasserausflüge hat, ist bei RAFTAF gut aufgehoben. Mein Name ist Raphael Kuhner, ich bin von der Firma RAFTAF. Wir sind seit mittlerweile 15 Jahren hier in Grenzach-Wielen ansässig. Wir haben eine Kanu-Schule, wir haben angefangen mit Klassenfahrten damals. Inzwischen haben wir ein Camp am Schluchsee, das wir betreiben. Alles, was am und im Wasser Spaß macht, das ist schon das, was wir veranstalten. Ob Wassersport, Ski oder Fitnesstraining, auf der Leistungsschau in der Hochrheinhalle wird Sportfans noch bis 13. Oktober einiges geboten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.